Wie oft haben wir gelacht, uns geweiht, nur um hier und jetzt Geschichte zu schreiben. Ich will, dass dieses Gefühl für immer bleibt, jeder Puls schlag, 0 auf 100. Von 0 auf 100, bereits mit dem Eröffnungssong machte Helene Fischer klar, sie ist wieder da, wird alles geben. Jetzt alles für uns ist, jeder Puls schlag, 0 auf 100. Die lange Zeit ohne Auftritt, Geschichte, endlich geht's los. Ich muss gerade ehrlich sagen, ein hochemotionaler Abend heute für uns, denn, mein Gott, danke für dich Helene, vielen Dank euch, dass ihr da seid. Das ist der einzige Grund, warum wir uns heute hier treffen. Ich meine, ihr seid der Grund. Die Halle bis auf den letzten Platz besetzt, den Fans kein Weg zu weit. Aus Franken, genau, aus Nürnberg, ja, extra angereist, ja. Und jetzt haben wir das Glück mit dem Auftaktkonzert noch, also, ja, freuen wir uns jetzt schon. Wir sind froh, dass wir endlich mal Tickets bekommen haben und dann gleich zehn Stück. Wollten wir mal das Konzert angucken, solange sie noch jung und knackig und voll dabei ist und nicht immer zu Konzerten gehen, wie die nachher schon Alisa Asbach-Rohreis sind. Befürchtungen, dass die Fischer nach ihrer Rippenverletzung noch nicht wieder ganz fit sein könnte, zerschreute die Schlagerkönigin gleich zu Beginn. Heute Abend kann mich nichts mehr aufhalten. Es ist diese kleine Rippe hier, die noch immer nicht ganz geheilt ist, aber ihr werdet mich heute Abend trotzdem in voller Bewegung sehen. Und ich bin nicht leichtsinnig, aber ich habe einfach Bock auf heute Abend. Hitze, Akrobatik und eine gigantische Lichtshow. Artisten von Cirque du Soleil waren auch wieder mit dabei. Ein riesiges Spektakel. War klasse, war super. Die Show finde ich toll, nicht besser als ihre Musik, aber ich finde das total irre. Die Super-Show, alles ganz klasse. Die Stimme ist einfach nur toll, man hört ihr gerne zu, man sieht sie gerne an. Also mehr will man eigentlich nicht, ist einfach nur schön. Voller Körpereinsatz, akrobatisch macht Deutschlands Superschlagerstar so schnell niemand was vor. Der Auftakt ihrer Tour Rausch gelungen. Helene-Fans sind voll auf ihre Kosten gekommen. Ich nehme mir das Chaos auf.